Am Anfang war es sehr schwierig, weil als ich in die Schweiz gekommen bin, konnte ich nicht Deutsch. Ich hatte keine Ahnung, was die Leute sagen. Und ich hatte keine Ahnung, was soll ich machen. Zuerst hat mir jemand etwas über das Hello Welcome und das Senti-Treff erzählt. Und ich bin vorbei gegangen und habe gemerkt, dass ich eine gute Treffung für Flüchtlinge brauche. Man kann einfach freiwillig teilnehmen und man kann mit der Schweizer, Schweizerin etwas Kontakt haben. Man kann Deutsch lernen. Das ist wirklich ein guter Treffpunkt für Flüchtlinge.